Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, ich muss das Spiel beenden. Es fängt gut an, ne? Ja, ich habe ja die Maus, die Gothic-Störung, da kann ich ja nicht Enter und so drucken. Das Ding ist, dieser Typ war wieder einer dieser Händler, den ich nichts verkaufen kann. Ohne, dass das Buggy ist. Und ja, letzte Folge war auch verkackt von mir ein bisschen, weil ich hätte die Folge nicht beenden dürfen. So, äh, ach, äh, äh, ne? So, ähm, so, jetzt bin ich aber wieder da, alles korrekt, oder? Ja, nein, lass uns mit mir reden, danke. So, dem handel ich nicht, weil es funktioniert ja eh nicht. So, ja, kann ich halt leider nicht machen. Ich kann halt leider nicht mit dem Handel, aber, 37, 42, warum nicht? Ähm, so, wer ist das denn? Das ist Milton, achso. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Coristo. Was willst du von ihm? Nun, ich habe einen Brief für ihn. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja, ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Okay. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Ork-Gebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier. Ich bin gleich wieder da. Den habe ich übrigens vertraut, deswegen habe ich den den Brief gegeben. Eine Ewigkeit später. Coristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Wo ist Torres? Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Okay. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück damals aufgenommen zu werden. Coristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Okay. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Coristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Coristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Mhm. Wir sehen uns. Darf ich jetzt? Ich darf da wahrscheinlich trotzdem nicht rein, ne? So, Torres! Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen. Es sei denn, Meister Coristo gestattet es. Okay. Wir sehen uns. Torres! Torres, Torres, Torres! Torres! So. Coristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Das kann ich denn nehmen. Stärke-Ring plus 5. Ring des Geschicks plus 5. Drei Spruch wollen. Vorher bei Letzt fahren war ein Scavenger. Essenz des Geistes, maximale Mana plus 5. Also ich kann mich eigentlich nur für den Stärke-Ring und die Essenz entscheiden, aber ich nehme die Essenz. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Alles klar. Den kann ich eigentlich jetzt schon trinken, weil ob ich ihn jetzt oder später trinke, versteht er, ne? Was ist das denn? Mhm. So. Äh. Was hab ich denn überhaupt für... Fokus wie die Gurus? Was kommt mir denn? Gummis! Ach ja, ich muss ja noch zu Gummis. Ähm. Darf ich rein? Halt! Was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Ja. Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Alles klar. Wer bist du? Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Ich bin Raven. Gummis, rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gummis zu reden, redet vorher mit mir. Alles klar. Ich habe eine Ladung Kraut für Gummis von Korkalom. Bartolo kümmert sich um diese Sachen. Gummis selbst gibt sich nicht mit Boten ab. Du findest ihn in der Kammer hier rechts hinter dem Eingang oder in der Küche im großen Turm. Nachts schläft er natürlich. Da würde ich es nicht wagen, ihn zu stören. Ah, okay. Hm. Was ist das hier? Ein Göttisch. Wenn ich dich schmiede klauen würde? Du Ratte, Finger weg. Hier zeige ich. Okay. Ich wusste ja nicht, dass das so schlimm ist. Aber das wird sich halt schon lohnen. Mann. Aber war es für dich. Muss nicht. Wir lassen uns lieber was ab. Wen haben wir denn hier? Scar und Arthur. Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Ah, ja. Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Alles klar. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Ich finde eh das ist das Lustige in allen Gothic-Teilen und auch Wissen-Teilen. Männer-Frauen-Pote ist so 90 zu 10. Wenn nicht sogar höher. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will. Aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Ja, das ist ja mal gut. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Arto. Ah, alles klar. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Schön. Jetzt habe ich die Leute gefallen mir. Oh, hey Seraphia. Grafia. Shh. Du bist nicht mit uns zu sprechen. Alles klar. Bist du es, Gomez? Du bist ausgefallen von der Ehe. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Du platzt hier einfach rein und erwartest, dass ich mich mit dir befasse, du Wurm. Wache! Bengel! Wunderbar, ich kann die Dialoge mit dir nochmal wiederholen. Also man darf anscheinend nicht mit denen reden, das ist gut zu wissen. Ähm. So. Ja. Wim. 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 So. Okay, dann. Huch. Und auf die rechte Seite. Wer ist da denn so? Hallöchen. Shh, shh. I'm not allowed to talk to us. Bartolo. Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Ich habe eine Ladung Kraut von Corka Lom für Gomez. Zeig her. Gut. Gomez ist beinahe ungeduldig geworden. Sei froh, dass du es heute noch abgeliefert hast. Was ist mit der Bezahlung? Nicht so eilig. Hier. Nimm. 500 Erzwaren abgemacht. Nett. Äh. Balam. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Mhm. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Buddler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Mhm. Danke. Mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Was ganz anderes. Was? Umid. Ich will mit Umid reden. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Mhm. Wer hat hier das Sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jekyll das Schutzgeld ein. Jedem gehört ein Viertel. Wenn du dich mit ihnen gutstellst, kann dir nichts passieren. Ich speichere mal lieber. Da unten geht's wahrscheinlich direkt jetzt zu Gummis. Was ist denn hier so? Das sind Türen, die lasse ich alle mal lieber verschlossen. Wenn... Wen aber denn hier, Gardisten... Ja, hier ist anscheinend gar nix. Das ist gut. Okay, ähm... Scout Monopol, Kraut zu Gummis bringen. Ich muss ja eh zum alten Lager. Wahrscheinlich hast du recht. 6 Minuten, das schaffe ich in dieser Folge noch. La 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 la... Diese Musik reicht mir jetzt langsam. So, ähm... Lass dich öffnen. Ähm, richtig. ich weiß gerade ich finde crossfire ja auch nicht so gut so richtig ich weiß gerade sehr gut ist das wieder mal wenn es wieder aus wieso lebt ihr noch ich verstehe es nicht kann schon sein aber wenn interessiert so der fiskus steigen richtig die waffen eine spitzhacke wollte ich behalten und dann wenn ich wieder um 261 erzreicher der letzte scheiß damit liege ich schon doch deutlich im oberen viertel ist das bei dem jetzt auch nicht mehr so kann ich nicht mehr handelmann was ist der scheiß das gefahren sein das ist